Lektion 250, ein Kurs in Wundern, Kreuthofer-Lag Ich will mich nicht als begrenzt sehen. Lass mich heute Gottes Sohn erblicken und seine Herrlichkeit bezeugen. Lass mich nicht versuchen, das heilige Licht in ihm zu verschleiern und seine Stärke gemindert und zur Gebrechlichkeit reduziert zu sehen, noch die Mängel in ihm wahrzunehmen, mit denen ich seine Souveränität angreifen möchte. Er ist dein Sohn, mein Vater. Und heute möchte ich seine Sanftheit sehen, anstelle meiner Illusionen. Er ist, was ich bin, und so wie ich ihn sehe, sehe ich mich selbst. Heute möchte ich wahrheitsgemäß sehen, damit ich mich an diesem Tag endlich mit ihm identifizieren möge. Ich will mich nicht als begrenzt sehen. Bedrohung. Ich bin ich bin, und leid месяz möge. Ich bin ich, und leid noch mit ihm Teller, ich bin ich, und leid an euch Isn. Vielen Dank.